Kaffee und Kuchen für alle. Lock. Ach, das ist ein bisschen Energie, was wir hier verlieren, wenn Reflektchen aktiv ist. Na, wenn? Draufhalten. Immer schön draufhalten. Deckung. Nochmal Kaffee. Und? Au, 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 au. Das ging jetzt nie. Falsche Richtung, gebe ich zu. Not too much. Und jetzt kommt ja auch noch eine Atombombe. Das wird immer schöner. Lock. Und der letzte Entschlüsseler müsste hier oben sein, ne? Ja, ist er. Allerdings. Ruhighalten. Großartige Arbeit. Wir waren auch hier ein toller Team. Ein sehr toller Team. Hat mir sehr gut gefallen. Warte mal. Ich hab die Nunchbox vorhin verpennt. Das gehört zum guten Ton dazu. Ja, ich bin dabei, warte. Ich bin dabei. War schön. War wunderschön. Hat mir gefallen. Jut. Aber zurück hier wieder. Zu unserem Lieblings-Emoticon. Meine Güte, hab ich mich gefreut, als wir das damals bekommen hatten. Ja, wir müssen raus hier. Die Bombe kommt. Höchstwahrscheinlich die Mutti. Was sollte man auch anderes wählen, als die Mutti? Wobei, Ultrazit Titan ist auch sehr cool. Ja. Nimm mal ein bisschen mit hier. Hundefutter in einer Dose. Bräunig. Dankeschön. Nehme ich noch auf? Ja. Gut. Sag ich mal bitte. 5,44. So. Zeiten um 5 Minuten haben sich mittlerweile gut eingependelt. Na. Ja. Gut. Nicht schlecht. Cowboy Hut. Na ja, zum Ende ist kein Gorillastuhl mehr. Aber den haben wir ja vor kurzem dann doch irgendwann mal, nachdem wir das fünfte Mal die Blaupause dafür bekommen haben, gelernt. Wir müssen die anderen Baupläne mal in den Verkauf setzen. Da kommt sicherlich einiges zusammen. Einiges, was wir in Kohle umsetzen können. Und Kohle ist verdammt wichtig. Aber nun muss ich mich erstmal schnell blutig machen. Jimmy, wir haben dich nicht vergessen. Jimmy, Jimmy, Jimmy. Entstrahlen bitte. Hier. Hier. Gib alles. Noch 40 Sekunden, bis die Bombe platzt. Mutti. Oh mein Gott, Mutti. Was haben wir dich vermisst? Noch ein bisschen. Da ist schon wieder irgendwo ein Hund unterwegs. Ihr Ratten, ihr. Ich verstrahle euch. Ich schieße uns gleich mal hier über den See, wenn ihr wollt. Es würde gehen. Ich glaube, wir können jetzt die Torsos. Können wir nicht. Doch, können wir. Könnten wir es aber. Naja, wie dem auch sei. Jacke wie Hose. Zurück. In die monströse Power-Rüstung. Die Gewerkschaftsrüstung. Nicht zu verwechseln mit den Gewerkschaftsvorräten. Mhm. Den legendären Kram. Hier mal schön. Ein paar Ticken. Ist alles viel zu schwer. Brauchen wir nicht. Brauchen wir nicht. Nein, nein, nein. So. Oh nein. Ein kolossales Problem. Okay. Wie viele sind da? Wie viele sind da? Doch nicht so viele. Wir müssen uns Al einfach irgendwann mal wieder stellen. Ich packe noch ein paar Ballistobox ein. Oder wir nehmen eine andere Waffe mit. Können wir ja mal probieren. Warte mal. Wir hatten doch hier. Pack mal bitte ein. Don Kloppy können wir in der Tasche lassen. Wir hatten doch hier. Es kommt noch eine New. Oh Gott. Die wollen den Server zum Absturz bringen. Oder so. Enki de Flamme. Genau. Enki de Flamme. Wollte ich jetzt haben. Ja. Und sie haben den Server zum Absturz gebracht. Das waren zu viele Atombomben auf einmal. Aber oh. Ich glaube wir sind auf dem gleichen Server wieder gelandet. Die Atombomben sind nach wie vor da. Achso. Das war eine Doppelatombombe. Mhm. Aber wir haben ja keine Möglichkeit mehr einfach so einzusteigen. Doch vielleicht kriegen wir es trotzdem noch hin. Zackyu und Windy. Sind die in irgendwelchen Teams unterwegs gerade? Zackyu und Windy. Nein. Leider nicht. Schade. Sonst könnte man sich zu denen rüber teleportieren und einfach reinlaufen. Glaub ich. Ging nicht. Ich frage ihn mal. Komm mal mein Team. Damit wir dran teilnehmen können. Ansonsten Daily Business. Erstmal wieder die Buhu-Maschine anschmeißen. Hm. Glücksspiel. Glückabhol. Und Feuerwehr. Ja. Und hier ein bisschen Radio. Und den Korki mal wieder klatschen. Fusionskörner sind alle aufgeladen. Wir gönnen es noch ein paar weitere. Falls wir doch noch reinkommen. Bräuchten wir ein bisschen mehr Fusionskernenergie. Gerade dort unten. Könnte es so ein bisschen haarig werden. Und die haben schon wieder hier mein Camp zerlegt. Was für eine Frechheit. Wir brauchen Mutterbeere. Mutterbeere. Haben wir doch einmal Mutterbeere da? Ja. Glücklicherweise. Hm. 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 Hier. Alles in Ordnung. Alles wieder in bester Ordnung. Dankeschön. Kaffee, Kuchen. Und Cola. Pluck. Nö, das wird wohl heute nicht mehr funktionieren. Die sind auch alle weg. Vielleicht ist ja wirklich der Server gecrashed. War nur eine Vermutung. Hm. Naja, gut. Dann beim nächsten Mal. Dann machen wir weiter wie gehabt. Erstmal ein bisschen aufräumen. Damit wir hier keine Probleme haben. In Sachen Tragekapazitäten. Enki de Flamme. Wieder zurück in die Kiste. Hatten wir jetzt noch keinem. Schnellwahl, Tastilein. Oh, Räumungsbescheid. Das passt ja. Das nehme ich gerne. Ja. So ist gut. Genau. Warte mal. Wir hatten doch auch extra noch. Uns den guten Kram eingepackt gab. Den wir gar nicht zur Expedition genommen hatten. Aber jetzt können wir ihn auch gut gebrauchen. Beim Räumungsbescheid. Wir wollen uns von unserer besten Seite zeigen. Und danach räumen wir auf. Ne. Können wir noch einpacken. Besucherate sowieso. Und Ballistobock vor Ort. Und schon haben wir 95 Dosen Kaffee. Lecko mio. Der schmeckt mir gut. Der tut mir gut. Und auch ein bisschen präzise blutig machen. Iiii. Ja. Jetzt ist gut. Excellent. Wo ist die Rüstung hin? Frechheit. Wer hat die weggestellt? Ich wollte die noch absprühen. Mit dem Schlauch. Da ist alles voll mit Gegröße dran. Wäre auch ein cooler Effekt. Finde ich so. Ein immersiver Effekt. Wenn da wirklich Blut und Gegröße von den Gegnern hängen würden. Aber es ist halt zu aufwendig für die Engine. Vielleicht fürs nächste. Fürs nächste Fallout. Das kommt ja irgendwann. Zack. Los geht's. Einem Team beitreten müssen wir noch. Und alles weitere. Guten Abend. Hallo. Zwang los. Können wir doch irgendwo hier. Ja. Machen wir mit. Finde und repariere den Strahlungsfilter. Nicht vergessen. Das letzte Mal kamen hier unheimlich viele Superbutanten von hier. Was ja für mich zumindest und vielleicht auch für den einen oder anderen von euch relativ neu war. Hallo. Hallo. Schön, dass du mit dabei bist. Wir freuen uns alle. Und hä? Ja. Schöne Position. Geht schon los. Sie kommen. Sie kommen. Drogen, Kaffee, Ballistobock und Kuchen. Mh. Lecker. Ja. Ich geh runter. Ich geh einfach runter. Wir brauchen das hier. Volle Action von vorne und rumlaufen wollen wir. Yeah. Komm schon ein paar neue. Ich mach mal Licht an. Nimm mich auf hier. Heute bin ich da sehr unsicher. Was das angeht. Na. Ratte du. Und dann wäre, glaube ich auch, generell einfach mal wieder ein. Einen Waffenwechsel der Variationen wegen. Gar nicht mal so verkehrt, ne? Entweder wieder zurück zum Gleisgewehr. Oder wirklich mal so ein bisschen mit dem entklaren Plasmagewehr wieder rumballern. Aber das ist halt auch mega stark, ne? Da müssen wir auch schon sehr nah ran. Aber hatten wir schon ewig nicht mehr. War ja auch ein Geschenk von euch. Sollten wir einfach mal wieder benutzen. Oh, da ist jemand. Hallo. 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 Immer nett sein. In jedem Spiel. Das gehört nun mal dazu. Oh, das ist ein Roboter. Ist ja öfters hier. Beleidigungs-Portier. Beim Räumungsbescheid. Was? Das habe ich jetzt aber auch noch nie erlebt. Jetzt habe ich alles erlebt. Können wir von der Liste streichen? Und, hä? Naja. Sind sie da drüben schon? Noch nicht. Aber es könnte jeden Moment soweit sein. Hier war doch eine Stashkiste, oder? Jetzt sind wir im Event. Jetzt wollen wir die Waffen auch nicht. Also die Waffen nicht wechseln. Machen wir noch nicht. Nein, nein. Heilmittel. Ih, irgendwas haben wir uns eingefangen. Das ist ja widerlich. Habe ich Heilmittel? Oh. Ne, das ist kein Gegner. Das ist einer von unseren Mitspielern. Ein Heilmittel. Hier. Und weg ist alles. Ein tolles Heilmittel. Sollte es auch in echt geben. Vor allem gegen die, die späten Nachwirkungen von so einem grippalen Effekt. Der aber in keinster Weise die Atemwege beeinträchtigt hatte. Verrückt, ich weiß. Aber sowas gibt es auch. Äh. Na. Bleibst du stehen, du Ratte. Wir hätten ihn auch explodieren lassen können, aber das machen wir nicht. Nein, nein. Da wäre ja quasi eher seinem eigentlichen Ziel dann auch gerecht geworden. Er wollte sich ja in die Luft sprengen. Und Supermutanten, die so ein bisschen weiter weg standen, hätten gedacht, ach, der hat's durchgezogen wenigstens. Aber nein. Diesen, diesen moralischen Pluspunkt wollen wir der Supermutanten-Fraktion in keinster Weise gönnen. No way. Deswegen nur Köpfchen, 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 Köpfchen. Wo sind sie denn? Ich glaube, schon wieder die ganze Zeit dran vorbei, ne? Alle haben hier Spaß außer mir. Ich glaube, ich habe sehr viel Spaß. Immer wieder mit diesem wunderbaren Spiel. Verstrahlte Grüße, meine werten Ödländer. Und willkommen zurück zu einer weiteren Frutschrad. Ne, ist eigentlich immer noch die gleiche Aufnahme. Die Post-Krepale-Effekt-Aufnahme. Aber geht ja schon gerne. Ich habe ja hier meinen Kaffee und meinen Tee. Alles wird gut. Wird da drüben jetzt geballert? Das war das Allerbeste. Und hier geballert wird... Ja, sie sind hier. Das ist richtig gut. Köpfchen, Köpfchen, Köpfchen. Hallo, hallo, hallo. Giftgasbehälter. Mach sie platt. War schon wieder, ne? Ja, ich glaube schon. Na, Juti. Kollegen, wir ziehen weiter. Wir sind immer auf der Jagd nach Action. Chlorreicher, Verstrahlter, Post-Apokalypto-Action. Da kommen sie wieder. Nice. Schön draufhalten. Auch wir leisten unseren Beitrag. Ach, Mensch, der Besucher-Tee. Den werde ich so richtig schön nebenbei natürlich, neben dem Squad-Punkte-Farm, zum Anfang der nächsten Season auf Vorrat produzieren. Nie wieder ohne. Also wirklich nicht. Also wirklich nicht. Nie wieder. Und dann können wir den zwischenlagern. im Kryo-Kühlschrank. Und dann müssen wir auch mal gucken, ob wir den aus dem Kryo-Kühlschrank verkaufen können. Vielleicht ist das ja das neue Ding, ne? Einfach mal, also für den Verkauf. Weil Waffen, weil Waffen, naja. Waffen wirkt man nur noch teilweise gut los. Moni ist genau so eine Geschichte geworden. Blaupausen, ja, die gehen auch ganz gut weg. Müssten wir unsere mal wieder reinpacken. Aber vielleicht dann schön hochwertige Buff-Nahrung. Vielleicht ist es ja das, ne? Da müsste man sich dann auch noch einen Preis rauspendeln. Aber das würden wir alle schon hinbekommen. Früher oder später. Meine Güte, was ist denn hier los? Alles voll mit super-legendären, super-Mutanten. Doppel-super. Und plötzlich stand er hinter uns. Was für eine Frechheit. Und da kommen auch schon die nächsten. Den legendären Kram nicht vergessen. Sehr wichtig. Wow. Also die Action ist ungelogen schon. Was ganz, ganz Feines hier. In Fallout 76. Aber ein paar Gegner mehr werden super, ne? Immer. Immer schön raufhauen. So wie bei uns in Fallout 4 mit der More-Enemies-Mod. Im Leuchten mehr. Meine Güte, wann das Schlachten. Die wir da hatten. Und immer wieder haben. Wir sind ja noch aktiv dabei. Aber ein Spiel nach dem anderen, ne? Zack. Und zack. Deckung. Ach, ist schon explodiert. Wie schön. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Alles voll. Halt sie auf. Flummisier. Und von da irgendwie, ne? Der schießt da doch nicht. Ohne Grund. Da ist er. Da ist er. Legendary. Den zuerst. Er muss zuerst sterben. Schande. Wetz hat gesponnen. An mir lag es nicht. Und ich noch. Ne, das war wieder ein Mitspieler. Na, ein Glück visiert Wetz die Mitspieler nicht an. Droof halten. Schön hier durch Metzl. Da hinten ist noch einer. Er ist ebenfalls Legendary. Äh. Kaffee und Kuchen bitte. Einfach nur so. Weil es schöner ist. Das ist schon. AP Overdose. Besucher Tee. Und dann noch Kaffee und Kuchen. Ja, einfach mal unendlich AP Punkte. Zack. Und zack. Und zack. Und hallo. Ich mach mit hier. Noch eine Minute 48. Da hinten kommen sie wieder. Und wieder rüber. Sie müssen noch den ganzen Kram einsammeln. Strahlungsbilder muss repariert werden. Oh, Schande, Schande. Oh Gott. Äh, 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 Orangen Cola. Nein, stopp. Nein, die andere. Zum Entstrahlen. Die hier. Genau, die Grey. Und dann direkt reparieren. Da haben wir offensichtlich nicht aufgepasst. Master, mach's schon. Ist okay. Alles, alles cool. Gut gemacht. Mhm. Au, au, au. Noch fünf Sekunden, bis die Strahlung sinkt. Ja, da haben wir nicht aufgepasst. Das passiert. Selbst den Allerbesten. Wir waren alle hier in unsere Kämpfe vertieft. Aber offensichtlich haben wir es gerade so noch geschafft. Jetzt müssen wir uns erstmal wieder ein bisschen blutiger machen. Von innen. Von innen nach außen. Mit Gammelnahrung. Schöne Grüße auch von Gammel Carla. Trash can Carla. Die Gute, die. Na. Reicht. Ja, reicht. Vergammeltes Speisen, bitte. Sofort. Verdorbenes Fleisch. Ideal. Ja, ja, ja. Komm schon, komm schon, komm schon. Nice. Ideal blutig. Wie sich das gehört. Und weiter. Immer schön durch die Gegend flitzen. Da hinten ist noch ein bisschen los. Ich würde gern die Namen der Mitspieler ausblenden lassen. Geht das? Hat das schon mal einer überprüft hier in den letzten fünf Jahren? Der Immersion wegen. Was finde ich jetzt auf die Schnelle sowieso nicht? Ich bin im Monolog-Modus. Da kann ich... Wird dann auch der Level ausgeblendet? Ist natürlich ideal, ne? Steht überall Spieler. Das habe ich mir gerade anders vorgestellt. Oh Gott, 476. Du bist schon was ganz Besonderes. Na, dann können wir auch die Namen lesen. Schade. Wird ja sein können. Wir können komplett den Hard ausschalten. Aber das wird dann schwierig teilweise. Aber wäre auch teilweise immer siever, ne? Na los. Na los. Piratenpunch. Lass mich hier schön alles aufheben. Da kommen wir bestimmt nicht mehr weg hier. Aber irgendwie geht ja immer was. Dämoni bitte. So ein bisschen zumindest. Das hier die ganze Ecke jetzt? Ja, ganz offensichtlich. Und du? Du leuchtest ja immer noch. Aber du hattest doch gar kein legendäres Gut mehr dabei, Frechheit. Aber hier liegt noch ein bisschen was. Regenerierendes Holz. Das ist gut. Ja. Eine nachwachsende Ressource. Selbst als... Als Rüstung. Weiter, weiter. Hier klastern. Legendär Gut-Klasterung. Mhm. Ja. Oh, 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 oh. Und die Money. Ja, ein paar Granaten für den Verkauf. Den Händler müssen wir noch leer machen. Aber eins nach dem anderen. Ist hier noch legendär gut? Nein. Aber die Money, ne? Weil sie so schön nach oben sortiert wird. Und hier auch noch legendärer Kram. Hier habe ich den ein oder anderen gründampfenden Gegner eliminiert. Ja, ein rasender Raketenwerfer. Weil es da so viel Sinn macht. Und da hinten noch ein bisschen, ne? Hier vielleicht schon. Mhm. Cool. Aber nicht cool genug. Und bei euch so, ne? Also ich würde mal sagen, das reicht, ne? Sind wir schon überladen? Noch nicht. Naja. Radikul, ne? Radikul bringt eine ganze Menge. Wenn man auch wirklich cool ist. Also verstrahlt, meine ich jetzt, ne? Ja. Na dann mal nach Hause, ne? Und Likes erwähnen. Ah. Das mache ich immer so ungern. Aber es gehört leider nun mal dazu. Der Algorithmus braucht Feedback. Und zwar von euch. Das gall Sicilia. Und zwar von euch. Und zwar von euch. Da.